Hallo zusammen und herzlich willkommen, ihr ganzen Bekloppten da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Community Play und was soll ich dazu sagen, wie viel sind wir im Moment? Wir sind jetzt schon sieben, eben waren wir neun. Es verspricht spannend zu werden. Ja, also es ist jetzt schon neuer Rekord und ja, mit neun Usern, das insgesamt zu neunt, das wäre schon mal hammerfett. Wir spielen hier gerade, äh, territoriale Eroberung. Ich habe keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Also ich muss wahrscheinlich irgendwelche Punkte einnehmen. So schlau bin ich auch. Aber wie das genau funktioniert. Das weiß ich nicht. Hallo? Habe ich ihn getroffen? Der läuft doch bestimmt hier unten. Ja, der ist halt auch tot. Ha, ich habe ihn auch getroffen. Ha, ha, ha. Ich weiß nicht, ob er das was bringt. Kann ich irgendwo ne Karte sehen? Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin... Da. Ah, der ist schon tot. Ich wollte nur noch ein bisschen schänden. Wo muss ich denn hin? Muss ich da hoch? Wird mir das wirklich dadurch angezeigt? Ich habe keine Ahnung. Wo ist er denn hingesprungen? Alter, die sind richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich renne einfach. So schnell ich eben mit diesem Typen rennen kann. I'm burning. Muni, sehr gut. Ich werde geheilt. Oh, wir haben ein richtig geiles Team. Aber wir sind wieder in der Überzahl. Und zwei von denen sind tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Der Punkt gehört uns doch, oder? Wah, nein. I'm burning. Daher kommt dieses Lied also. Au. Der irgendwo ist ein... Ein gemeiner, fieser Camper, Sniper. Schade. Naja, okay. Wer es halt braucht, ne, sage ich mal nichts zu. Ähm... Was brauche ich denn? Ich brauche das Fenster. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ganz kurz die Aufnahme weg war, weil ich kurz was regeln musste. Aber das war wichtig. Was haben wir denn noch so? Team Fortress 2 buggt. Äh... Jemand kann nicht mitspielen. Wie macht man Sprach-Chat? Mit V? Hallo! Jetzt müssen mich alle mal gehört haben. Wenn sie mich nicht sowieso schon gehört haben. Ih, da wird geredet. Ih. Jetzt haben sie das wahrscheinlich alle für sich entdeckt. Gut. Dann, äh... Sind jetzt halt manche Leute in der Aufnahme. Ob ich das will? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, da oben kann man auch lang gehen. Das ist ja interessant. Aber ich hab dich gesehen. Ach, hier oben. Wo geht's denn hier aber hin? Verrecke. Jawoll. Ih, noch einer. Jawoll. Machen sie alle fertig. Ich weiß zwar nicht, was mein Ziel ist, aber wir machen sie alle fertig. Ob wir hier richtig sind? Hier ist doch bestimmt einer ein Spion. Das kannst du mir nicht erzählen, dass die alle von uns sind. Glaub ich nicht. Betrug. Es würde mich interessieren, ob ein Heiler von uns ein Spion heilen kann. Wow. Wir haben das Kraftwerk erobert. Ist das jetzt gut? Ah, wir haben einen Bereich. Ah, es geht aber weiter. Ich verstehe, ich verstehe. Jetzt hab ich einen Supercharge. Ich muss Gegner töten. Hat er auch einen Supercharge. Der wird ja auch von mir sein. Cool, was mach ich jetzt? Ah, ja. Ach, so funktioniert das. Ich glaube, ich verstehe da gerade so ein bisschen was. Bin mir nicht ganz sicher. Ist natürlich gemein. Wir sind einer mehr, aber... Macht mal nix. Wo muss ich hin? Ich hab die anderen aus den Augen verloren. Für einen Kontrollpunkt blue erobern, eigenen Kontrollpunkt verteidigen. Wo seid ihr denn hingerannt? Hallo? Gibt's eigentlich ne Map? Kann mir das vielleicht mal jemand sagen? Oder sagt mir das, wo ich lang muss? Ich hab echt keine Ahnung. Wenn das jemand weiß, kann das ja mal bitte zukommen lassen. Sonst suche ich mir ja meinen eigenen Weg. Ich erschrecke mich bestimmt gleich wieder total. Ja, Junge. Stirb! Und das weg. War das hier? Waren die gerade hier? Waren meine Freunde hier? Ah, jetzt. Jetzt. Jetzt bin ich bei meinen Freunden. Und ich werde mich an meine Freunde halten. Damit mir nichts passieren kann. Gibt's eine Taste, mit der man schreien kann? Ich möchte auch schreien. Das ist irgendwie cool. Kann einer mal den Chrome-Potato... Wah! Oh, jetzt haben sie mich zusammen hier, Mensch. Die waren doch direkt bei uns, Leute. Wie kann das denn passieren? Aber ich glaube, wir haben schon gewonnen. Cool. Boah, sind wir gut, ey. Sind wir gut. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir sind echt gut. Hä? Äh. Fängt das jetzt von vorne? Es fängt von vorne an, kann das sein? Ich schließe mich einfach mal an. Und ich glaube, beim nächsten Mal... Ich nehme eine andere Klasse. Komm mal her. Das ist ja... Das ist ja Pipifax hier, wenn ich immer denselben nehme. Vor allem dazu noch diesen schweren Typen. Ist ja zu einfach. Ich muss etwas für mein Team machen. Au, ich habe mir gerade die Beine gebrochen. Das habe ich für mein Team gemacht. Vielen Dank. Ich laufe mal einfach hinterher. Wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz... Boah. Das war knapp. Irgendwann ist es geregelt, aber es war nicht gut. Ich bin nicht stolz auf mich. Komm her. Spring doch. Ich brauche doch irgendwie die Schrot. Die ist besser. Ja, ich habe jemanden getötet. Oh mein Gott. Obwohl ich sagen muss, das ist ja heute so die zweite Aufnahmesession. Damit... Wahahahaha. Gut, dass er mich nicht gesehen hat. Und es läuft schon ein bisschen besser als beim ersten Mal. Ich bin recht zufrieden damit. Guck mich nicht so an. Das war ein Gegner? Vielleicht war es ein Spion. Ich glaube, es war echt ein Spion. Wie gemein ist das denn? Huch. Ich darf nicht zurückbleiben. Ich muss arbeiten. Ich muss etwas für mein Team tun. Wo müssen wir denn hin? Diesmal müssen wir da hoch. Ich folge denen einfach. Ich bin so ein Lemming. Wenn sie von der Klippe springen, dann mache ich einfach mit. So, wo haben wir denn Leute? Hier sind doch irgendwo Leute. Ja, ich habe ihn sogar getroffen. Bam. Ach, verdammt. Ich wollte mich schön hinter dieser Säule verstecken. Hat natürlich wieder nicht geklappt. Vielen Dank, lieber Irobin. Ja, dass du hier meine Glückssträhne unterbrochen hast. Finde ich echt, echt gemein. Ich weiß halt nicht, wie man es mit der Überzahl regeln kann. Der Irobin ist ja unser allmächtiger Herrscher über den Server, der uns den auch zur Verfügung stellt. Dafür nochmal vielen Dank. Vielleicht könnte der ja noch einen Bot dazu holen, dass das irgendwie ausgeglichen ist. Oder geht das bei dem Kartentyp nicht? Es wäre auf jeden Fall irgendwie netter, ne? Auch für das andere Team. Ich meine, ich spiele jetzt gerade immer in der Überzahl. Ich kann mich an sich nicht beschweren, aber ich könnte verstehen, dass das ein bisschen ankotzt. Könnte ich mir vorstellen. Juhu! Ich will auch Geräusche machen. Voreingestellte. Also mein Stimmchen schon. So, ey, ich bin mal beim Punkt. Wie Hammerfett ist das denn? Boah! Boah, wie gut. Ich habe ihn erobert. Da oben steht mein Name. Juhu, ich sehe meinen Namen. Stürm! Verbündeter. Jetzt, äh, Moment. Hä? Ich wurde gerade umgeswitcht. Ich bin wieder im größeren Team. Ja, wie gesagt, mich stört das an sich nicht. Ich nehme nochmal eine andere Klasse. Mit der habe ich noch nie gespielt. Was sind denn das für Waffen? Das ist ein Heilstrahl, okay. Und das ist... Das ist eine Nagelpistole oder sowas, ne? Ja, wir probieren das mal aus. Habe ich noch nie gespielt. Sollte vielleicht ganz gut gehen. Wahrscheinlich nicht, aber ist auch egal. Ich will es ja nochmal testen. Wo geht er lang? Ich folge ihm. Der stirbt nicht. Wieso stirbt der nicht? Boah. Der hat noch recht viel Leben. Also, ah gut, ich meine, das ist keine Kämpferklasse. Hätte ich mir irgendwie denken können. Und da ist er tot. Ja, der Irobin war tot, verdammt. Wie könnt ihr meine Verbündeten töten? Ich glaube, ich lasse diese Klasse sein und probiere mal ein bisschen was anderes aus. Da oben sind Gegner. Oh mein Gott. Ich muss etwas für mein Team tun. Ah, ich habe keine Waffe. Ah. Ich finde, das ist immer so noch die große Herausforderung, hier nicht zu sterben. Ah. Geh, schna. Geh, schna. Ihr trefft mich nicht. Ich bin unsichtbar. Aber cool, ich habe das sogar überlebt. Das ist echt... Ich weiß nicht, das befriedigt mich. Ich glaube, in der Unterzahl hast du echt immer ganz schön Probleme. Vor allem, wenn du da noch jemanden wie mich hast, dann hast du eigentlich verloren. Aha, Fire Drain hat gemütlicher Camper freigeschaltet. Was soll ich denn davon halten, hä? So, ich glaube, die letzte war ganz gut. Ah, ich habe auch schon beim Kill mitgeholfen. Oh, oh, die letzte saß nicht so. Die war mir ein bisschen zu nah. Ich weiß auch nicht. Meine weibliche... Was? Nein. Nein. Aber warum habe ich denn zwei Raketenwerfer eigentlich dabei? Oder zwei Granatwerfer? Macht das Sinn? Ist diese Kombination sinnvoll? Der Pringles ist weg. Okay. Bye, bye. Damit haben wir jetzt ausgeglichene Teams. Ist vielleicht gar nicht mal so... Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ist, dass er weg ist. Aber es ist zumindest für faire Teams besser. Obwohl, ich zähle ja eigentlich nicht. Ich müsste mich ja rausnehmen, weil ich so schlecht bin. Nun gut. Los, Jungs! Ich sporne mein Team an. Jetzt habe ich wieder den Granatwerfer. Den wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Naja. Wah. Bei einem habe ich mitgeholfen. Ja, am Ende geht es schnell, ne? Den letzten Kontrollpunkt, den nimmt man wirklich schnell ein. Da habe ich ja das gleiche beim letzten Mal auch gesehen. Ach. Ich mag diesen Kartenmodus nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Wie soll ich denn da gewinnen? Da bin ich noch so schlecht. Das kommt noch dazu. Ich nehme wieder ihn hier. Und danach nehme ich wieder Heavy. Es gibt so ein paar Klassen, die mag man einfach, ne? Mal sehen. Ob das jetzt besser geht. Muss ich das jetzt hier beschützen? Ich warte mal auf meine Kollegen. Ja? Was würdet ihr entscheiden? Was würdet ihr empfehlen? Neun von zehn Zahnärzten empfehlen diesen Weg. Mitten durch deine Zähne. Ne, die sind doch gerade gespawnt. Die sind aber auf keinen Fall richtig. Grown Potato, leider einen schmerzhaften Tod. So, so. Was hat der denn schon wieder angestellt? War das wieder meine glorreichen Teamkameraden, die hier was angestellt haben? Komm, den holen wir uns. Ja, der hat mich genau getroffen. Ich wollte noch wegspringen. Nein, ich bin echt nicht gut in solchen Spielen. Vor allem, wenn die so mega schnell sind. Ach, Mann. Oh, guck mal, das gehört... Ne, gehört das mir? Oder... Ne, das ist mein... Mein Rächer, ne? Irgendwie... Komm ich nie zum Spawnen. Also entweder das Spawn nicht zweimal... Muss mir das zweimal aussuchen. Lass dich nicht umbringen! Mein Gott. Wie verzweifelt die Menschheit ist. Dass sie einfach da reinrennt. Ja, komm. Was hab ich denn für eine Wahl? Ich habe keine Wahl. Ich muss das jetzt erledigen. Für Sparta! Bin ich hier richtig? Hier ist unser Kontrollpunkt auf jeden Fall. Warum muss ich jetzt da runter? Wisst ihr das, Leute? Könnt ihr mir das sagen? Hier ist nämlich geschlossen. Wegen Überfüllung sogar. Hier laufen drei Heavys rum. Ist das herrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich verteidige. Ja? Können wir uns darauf einigen? Ich bin Torwart. Ich habe wenig gefressen. Ist das okay? Ja, komm. Den habe ich sicher. Jawohl. Ja, das geht bei dem Kontrollpunkt leider ziemlich schnell, ne? Werden wir nicht verheben. Obwohl, doch. Sieht im Moment noch ganz gut aus. Da kommt aber gleich einer hoch. Den habe ich gesehen. Kuchen! Oh, geil. Ich versuche einfach, den Punkt zu halten. Mehr kann ich eh nicht machen. Dafür ist die Klasse nicht geeignet, um da irgendwo hinzurennen, oder? Jawohl. Alle drauf einfach. Sowjetunion freigeschaltet. Der geht außenrum. Der denkt wohl, der ist schlauer als ich. Also, vielleicht ist er das, aber... Ich will das gar nicht, gar nicht ausprobieren. Den habe ich getroffen, zumindest. Wir alle nur auf die Ecke draufhalten. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Was soll ich dazu noch groß sagen? Aber ich musste eine kurze Redepause einlegen, weil mich das einfach zu sehr gefesselt hat. Wo ist denn der hingelaufen? Hast du keine Waffe mehr? Spieler Chrome hat das Spiel verlassen. Inaktiv. Das ist kein Wund. Ich weiß, jetzt sind wir noch zu dritt. Schön. Ja, obwohl, das kann sein. Der hat ja jetzt auch gerade nichts gesagt. Vielleicht ist er gerade abgeschmiert. Alle drauf. Ich hole mir jetzt den Punkt, Leute. Können machen, was er wollt. Ich regel das jetzt. Ich habe keine Ahnung. Zwei Spione hier. Ihr Schweine. Drei Spione. Ihr seid ja... Ihr wollt es aber wissen, wa? Da oben ist einer. Ist das wieder ein Spion? Ne, diesmal nicht. Doch, ist wieder ein Spion. Jawoll. Guck mal, das geht sogar. Boah, durch meine Initiative habe ich hier gerade echt noch was gerissen. Da ist noch einer. Stirb! Hören sie alle um. Quimmern keine Gefangenen. Ja, das war nice, muss ich sagen. Am Anfang eher langweilig, aber wir haben es nur hinbekommen. Mann, Mann, Mann. Wie kann sowas nur so spannend sein? Ach, wir können schon laufen. Bleiben einfach wieder stehen. Cowabunga! Oh, es wurde was gesagt. Ich habe es nicht gehört. Nein.